Hallo Kettensäge Alice, wir sind hier bei Left 4 2 zum Kampagnen-Story-Finale, die Gemeinde, wir spielen Kapitel 4 und Kapitel 5, und Kettensäge! Jetzt kommt der wieder mit seinem Schwuchtelsägen-Kram, ey! Ja, lassen wir ihn sterben, Jungs, lassen wir ihn sterben! Was ist los? Ich dachte, da wäre was zwischen uns! Und Alice so, was ist los? Ich dachte, da wäre was zwischen uns! Ja, nicht, wenn du mich die ganze Zeit ansiegst und mir vor die Flinte läufst! Und das wollte ich auch schnell auch nicht, wenn du mich... Okay, lang! Oh, Security guy! Das Ende der Welt, jetzt mal noch einen Blasen und so! Was soll jetzt als Nien, ne? Das ist ein Spitter! Habe ihn! Habe ihn! Oh, Smokes! Hau ab, mich hat einer! Und Schock! Weiter geht's! Komm, weiter, 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 weiter! Ja, mich irgendwie ein bisschen an... New Orleans oder so, ich weiß nicht! Soll das vielleicht so aussehen? Ja, das ist ein New Orleans! Police on duty! Das ist so ein bisschen diese... Das sieht ein bisschen aus wie das New Orleans aus Tönungs... Äh... Andruckson... Moment mal, das ist ein Tank! Ich hab' den in den Arm da erkannt, ey! Ich hab' den in den Arm da erkannt, ey! Und diesmal... Und diesmal kam da keine Mucke! Und voraus... Zwar für'n Schreck geplant hier! Ich hab' den in den Charger! Ja, die Charger ist ein bisschen... Dunkler! Hab' ich aber gedacht! Wir legen'n Medikament rum, wenn einer braucht! Ist das ein M4? Ja, M4! Ja, von der M4! Jungs, von der M4! Jungs, von der M4! Wahrscheinlich werden von... Wenn wir von nem Kampfjet abgeholt, oder? Wahrscheinlich... Wenn wir da alle reinfassen! Ja, das wird ein bisschen schwierig! Eigentlich sind nur ein oder zwei Sitze mit, maximal! Nee, der Kampf... Oh, ist bitter hier! Ist gar nicht... Oh, Bombe! Jockey! Jockey down! Oh! Mein rechtes Ei juckt! Den müssen wir eben ohne mich machen! Ich schieße mit einer Hand! Oh, geil! Weiter geht's! Geil, Leute! Oh, wie viel der Polizist frisst! Jun, wie viel der echt frisst, Alter! Ein ganzes Magazin! Sonst schießt seine ganze Waffe... Der Polizist hat bei mir zweieinhalb Magazine ge... Ihr müsst ihm in den Kopf schießen! Ihr müsst ihm in den Kopf schießen! Hab' ich auch schon! Ich hab echt geteilt... Wie viele Leute, die mir mittlerweile hier vorlaufen! Nee, Jun, ich hab's perfekt geteilt, ne? Ja, das ist halt echt! Scheiße, mit dem Duel-Ball hat das! Oh, habt ihr in Smokers? Komm, das Militär bumpt hier alles weg! Hab' mich noch nie durch so viele dunkle Gassen geduldet! Nee! Dann muss man mal eine dunkle Gasse sehen! Oh Gott! What the fuck! Ey! Ich bin ne Frau! Ich geb' meine Rolle auf! Ja! Oh, ne Kettensäge! Oh, ne Kettensäge! Hier ist ein Molly noch! Falls auch keiner was hat! Nee, was? Deny! Oh, das war dicht! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Munition! Munition! Knife! Sehr schön! Wobei, das besteht nur noch alles nur, wenn man dicht ist, also von dem her auch mit dem Duel-Ball. Oh, ne Kettensäge! Ich klaue dir ja Leiche! Richtig geiler Klau! Das ist der Schwarz! Das heißt für die Klauen! Oh! 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 Mit der Traktor! Ciao, Jay! Wo seid ihr denn überhaupt? Ja, wir sind runtergeschwungen um den Traktor zu aktivieren. Jetzt laufen wir hoch! Boah, jetzt bin ich runtergeschwungen! Check, hier auf mich, 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 check! Ja, ab dich! Aber steht gar nicht gut. Ich komm's ab! Au, 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 aua! Daniel, du musst auch mal hinter dir gucken, ne? Schrapcher auch auf mich... Ja, ich hätt' nichts Ab! Was? Tryt es ab! Heil dich mal, Daniel oder so! der Robben ist das abgeführt diesmal die Strecke doch die Hälfte Paprika der Jockey ist ganz so festgebackt durch halt euch beide mal halt euch beide mal halt euch beide mal jung auch das wäre ganz gut ich bin gehalten es soll noch Moni Koper jetzt nicht mehr und das war ab dem Jahr aus dem Alter und das ist er will deswegen bleibt man da auf dem Dach wegen dem Highground ja dann ist aber noch ganz das ist nicht geil da kommen wir schon rüber Ja, ich komm. Ich bin da. Weiter, 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 weiter. Da können wir die Schützen machen. Oh, Smoker! Geil. Weiter, weiter, weiter. Oh, Zombie-Polizist. Wo geht's weiter? Ich seh nix wegen dem Smoke, ne? Bei mir nix. Hier, hier geht's raus, hier bei mir. Okay. Jockey, hör'n Jockey. Aber weiter. Sorry. Nee, hier geht's auch, hier geht's weiter. Na, hier kann man sich heilen. Ich würde mich sonst ihm heilen, wenn's noch ruhig ist. Hier, nehmt euch alle Schmerzmittel. Nehmt euch alle Schmerzmittel. Herr Jung, nehmt die Schmerzmittel, heil dich damit. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ich hab' nicht mehr so viel Mund, ey. Ich hab' nicht mehr so viel Mund, ey. Boomer! 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 Der hat echt viel gefressener Boomer. Wenn ihr ne Granate seht. Oh, die ist da vorne direkt. Umdrehen, umdrehen. Boah! Fett schnell, warte. Die ist direkt da vorne. Ähm. Hier ist noch ne Muni. Wir müssen da, glaub' ich. Ne, wir gucken uns das erstmal an. Boomer, wir müssen da rein, wo die reingeht, ey. Ja, wir müssen da rein, warte, 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 warte. Warte, 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 die bewegt sich doch noch, lass' mal eben's. Ich kann nur Röpfen reinwerfen. Nein, lass' aber eben, lass' mal eben's nicht schlafen, die bewegt sich. Die bewegt sich. Die bewegt sich. Ja, aber, weil sie geht in den Raum, also, junger Drechsel, geht ins Zimmer. Jetzt schnell vorbei. Ja, ich glaub' wo ist sie einfach geradeaus durch. Schnell. Nein, wir haben sie aufgeschreckt, oder? Nein, nein, nein. Es ist ein Hunter. Es war ein Hunter, der ist ja irgendwie dem Witcher angehört. Wir müssen hier runterspringen, Jungs, schnell. Da ist der Safe Room. Char-Char hinter uns, Char-Char. Ich bin auf dem Char-Char gelandet. Hier ist Muni. Jo. Nice. Aua. Da ist der Safe Room. Wie Lois sagen würde, seh' ich etwa aus, WD. Sub, du. Wir müssen andersrum, Sub. Ja, ich muss aber erstmal mit mich lösen. Säure. Ok, da klettern sie wieder in uns rum. Hinter uns, oh. Aber geradeaus weiter, während wir hinter uns einfach die Sonne abschießen. Oh, okay. Und alle beisammen? Ja, komm, beinahe. Nee, ja, das ist mehr oder weniger. Das ist auch genau die selbe Animation, wie er das Messer rausholt, wie bei... Doki. Angeweggeschlitzt, hast du das gesehen? Hab' seinen Rücken weggehend noch mal, ey. Wie er das wisst, daraus. So, jetzt genau selber an die man zu hören, wie bei Zers auch. Kann man sich echt bedienen. Boah, du stehst in dem Spiel dauerhaft unter Stress, ey. Schutzraum. Jo. Meine Güte, Jung. Rein mit dir. Mann, irgendwo die Schnapps. Scheiße, uns gibt's noch. Ja, geht schon aus dem Platz auflegen. Geht schon aus dem Platz auflegen. Es ist echt zu einem Mann am Sprung. Sie sind ein Mann am Sprung. Hm, Jung, 111. Geile Schnapssal. Oh yeah. Jetzt kommt die Brücke. Erst man Schnaps. Jo. Ich habe leider nur rum und Wodka hier. Ich habe Schnaps. Hab nix. Gerade rum wollt ihr euch auch schöner Schnaps. der wodka ist bis schlaps vodkas richtig ekelhafter burscht ist hier monius die oben jetzt glaube ich auch nur geschenkt bekommen gleich wieder zurückschränken beim nächsten geburtstag hier ist noch mehr mit der jungs weißt du was ist ne geile idee ich würde es machen ich würde es machen hier sind noch mal vier midi bis 5 sogar ich schreibe mir das sogar auf ich schreibe mir das sogar auf heilig nimm mal Adrenalin statt Schmerz mit dem Alter weil dann können wir am Ende wenn wir fliehen schnell laufen hier unten sind auch zwei Adrenalin spritzen wo er muss halt ohne ich würde mich bereit erklären ohne zu laufen schenken der junge du hast dich schon genug Opfer weißt was ich verzicht auf nein hier ich hab das liegt jetzt hier du hebst das jetzt auch für die Aufnahme du Homo ich hab mich mal hier und es wird ich bin überzeugt noch mal erinnern dass es sieht schon prügig aus da kommen wir noch mal hin ich halte zweifelig hau weg die Scheiße hier ist noch eins also jemand könnte sie noch mal dann ist noch nicht ganz schwarze und sich das ja und sich da ist auch noch ein reines medipack na gut so da kann auch immer noch das Schmerzmittel nehmen bevor das medipack hier hat er sich noch ein Schmerzmittel das heißt Schmerzmittel einfach reinkippen inzwischen sub ne sub nicht das ist aber was Schmerzmittel reinkippen und dann das Ding nehmen Gehts weiter Jungs? Jo, mach Jo, let's go Okay, ready zu rambe Finale es gäbe okay, das macht Koper Ah, ja dann kann ich auch in Oh shit Okay, Jungs das große Finale wir müssen, wir müssen, wir müssen durchraschen wir dürfen nicht stoppen Leute, oberste Priorität wir sind uns alle eigentlich, wir wollen alle durchbringen wir haben das so stimmt okay oberste Priorität ist alle durchzubringen wenn es keinen Sinn mehr hat Papa Gator 15 Minuten aber Jungs, hör mir zu, ich kann mich, ich hab das schon mal gemacht wir dürfen nicht anhalten keine Sekunde, wir müssen da durch wir müssen diese gesamte Brücke rüber ich hab molly sonst sind wir tot ja, ich hab molly wir können nach hinten mollys werfen, paar jo das zieht mich aber das koordinieren wir ich hab noch, äh, Bombe ja, noch Bombe ja, ja, ja das koordinieren wir auf geht's also erst, wenn ihr, wenn ihr eine Granate werft, ansagen instant ansagen, wenn ihr eine Granate werft nehm dir den Knopf nehm dir den Knopf, muss der ja, mach guck mal, mach guck mal, mach guck mal, mach guck mal, mach guck mal schildern wir wir sind nicht infiziert sind sich Mut, sind sich ins Kettenbegegnet begegnet, Junge was hast du eigentlich für'n Fleck, der überm rechten Auge soll das ne Runde sein, oder? weiss nicht oder auf der Nase boah, da will ich ihm die Baseballschläger ins Gesicht haue, ey ja, ich glaube aber was so ungenehmes, äh, ist ne Kettensäge ins Gesicht auch nicht unbedingt aber die ist ja, die tut ja nicht weh gerade in 10 Minuten haben wir Zeit na easy rüberwind und fertig ja, verstanden ja, das sind so viele Zombies, das werden unendlich viele Zombies das werden unendlich viele Zombies machen wir die Tanks, die Tanks wollen wir aber killen, oder? sonst haben wir keine Chance mh klar, aber wir müssen immer laufen, weil das werden jetzt unendlich die werden nie stoppen ich lege jetzt einen Stein auf meine Wehtaste ok, ich lege meinen Schwanz aus wie doch selbst aus, so alles leer, ok, na na na, easy so alles leer go run 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 so alles leer,ascht spielen, ach, ich kann los du easy puh, ist ja gar nix puh, ich weiß nicht für nen Lebensfeed na 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 lass ab, ey,los euch nicht den Mund zu voll nehmen einfach laufen rush B ist super blärt, wir dürfen nicht einmal von der D einen Körper du hast dich fast von der Bude geblockt ja, Dani hat mich auch fast runter geschmissen ist doch, wo bist du denn? lauf doch, euer Leben Dani aber nicht zu weit laufen, okay, wir müssen trotzdem auch zusammenbleiben weil die müssen schon irgendwie ein bisschen zusammen Awareness, du musst Awareness haben Ich werde schon mal einen Moni nach hinten Oh, das ist schlecht Falsche Richtung, fuck Ja, deswegen, ja Oh, ich weg fest, Leute, ich guck Lade nach Nicht Hilfe Char-char bei mir, oh, der läuft zu euch durch Daniel Oh Gott, Daniel Daniel ist tot Daniel ist tot Daniel ist tot Der Char-char hat ihn einfach geholt Der Char-char hat ihn einfach geholt Ich hab die Char-char nicht auf mich gehauen Ich hab die Char-char nicht auf mich gehauen Ich bin, ich bin, ich bin Zunge, ich bin Zunge Aber du bist so weizhaft Ich komm nicht hin Du bist die Zunge, ich seh sie nicht Erster Ja, ich, ich triff sie nicht, Zub Ich kann sie, ich konnte sie nicht treffen Die Zunge ist weg Ich häng hier fest Ich hab mich hier im Gepst Hunter Jun Danke Da, Zapu bist du, nimm den Ab Komm hier hoch Vielleicht können wir den auch holen, Daniel Ich leck dir das ja noch Vielleicht Du am Anfang gestorben bist Hier ist noch Schmerz mit mir Glaub ich nicht mehr Da ist kein, da wird keiner nehmen Warum sein Nein, ich hab bei dem Warte, eben Warte, eben Wir sind schon mal Ja, es hab aber Ich bin weiter Ich kann nicht zurück Tank 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 Ja, es hab ich gemerkt Ich nehm die Rohrbombe Ich nehm die Rohrbombe Ich hab die Rohrbombe Ich hab die Rohrbombe Ich hab die Rohrbombe Ich bin hier gefangen Ich hab's geschafft, wenn ihr entkommen Wir müssen aber weiter Scheiß auf den Tank, ey Ich fick den Tank in den Arsch Wir müssen ja weiter Wie gesagt, ne, einmal von W runter und wir sind tot Ich muss mich gleich schnell nehmen Ja, heil dich, Sam, heil dich eben Wir safe Heil dich eben, schnell Ich lade nach Alter, wie lame einfach Daniel verreckt ist, ey Das war voll, der hatte keine Chance irgendwas zu tun Da konnten wir aber auch nix gegen ihn, Mann Der Chat hat ihn einfach weggeschen Oh, der Tank ist direkt vor mir, oh Gott Wenn der Tank uns runter schlägt, sind wir außenfort tot, ne Weil du sagst, oh, das ist ne Hunter Oh, das müssen wir machen, nein Er hat mich abgekattet von euch Der Handt was auf mir, Handt was auf mir Schön, danke Ja, ich war direkt nicht Komm, jungs, lass weiter Weiter laufen, weiter laufen, aber scheiß drauf Mein Gott, der ist hinter mir Aber der dürfte nicht mehr viel eben haben Ich auch noch nicht für den Tank Oh Gott, wir müssen hier rauf Wir müssen auf diesen, wir müssen da raufsab Hier auf diesen Tanker Komm's ab Das hat brennt Oh Gott, da ist die ganze Welle Wir kommen die nicht durch Ich hab nichts mehr, nein Ich denk nach hinten Lauf weiter, ich denk nach hinten Lauf, Jungs Oh Gott, wir müssen nicht weiter laufen, du eh Kommt, Jungs, komm, Sub Denk dran, Sub, du hast noch ne Adrenalin für später Ja Hilfe, ich will sie einsteigen Wo ist sie? Oh nein, lassen wir die zurück Ah, was ist denn los? Nein, wo ist Cooper? Oh nein, Sub Schlecht, 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 Lauf Lauf, Jungs Oh, Cooper, stirbt die mir in den Weg Nein Cooper, lauf Sub, lauf Komm, wir laufen zusammen, Jungs Jo Zusammen Life Mit CS Life kann man schneller laufen Mit CS Life kann man schneller laufen Mit CS Life kann man schneller laufen Ich hab mal Adrenalin drin Das sieht gut aus Ja Das sieht gut aus Einfach rein Ich spring hier einfach runter Scheiß drauf Nein Nein Lass mich nicht zurück Jung Lass mich nicht zurück Ich kann nicht mehr schneller laufen, bitte Wir sind nicht Ich hab noch was für, keine Sorge Ich beschütze dich, Jung Komm her Ich bin da Kommt jetzt Kommt Ich verteidige mich Schapp Schapp Wer ist Schapp Ne ich werd jetzt angehätheit Das ist ein Charger Geht rein Geht ran Kehr rein Ich hab 14 Lebens Smoke ab D pathways ich habe nur zwei liebs ab ich stehe direkt vorm Heli, ich wollte Jung noch retten ich wollte Jung noch retten ich hab ja auch noch den Kart vom Kuppa weg runter geschossen aber als ich auf Kuppa geschossen hab ich wollte ihn noch retten aber ich hab ihn halt getötet als ich im Heli drin stand ja ja Sub, ja ja jetzt hat jeder einmal alleine überlebt außer Jung, der ist immer gestorben wenn wir alle gestorben sind der Rest von uns quasi Scheiße, hätte ich Adrenalin noch gehabt, das von Daniel oh man, das war echt bitter, weißt du also Sub und ich Daniel hat einfach den Charge hat Daniel einfach weg ja, Daniel hatte gar keine Chance aber die Sache war, Sub und ich hatten es schon geschafft wir waren beide im Heli drin, aber Jung war halt so langsam dann hab ich doch ich hab, meinte, wir haben den Charge auf ihn gejagt hä? ich hab gerade schon mit dem Charge auf ihn gejagt ne, Daniel meinte das ne, es war halt nur so, ich sah halt nur so Daniel hat gesagt, ihr habt den Charge auf ihn gejagt ne, es sah halt so aus, dass du ihn, dass du ihn bei mir angelenkt hast und deswegen er auf dich zukam, weil du ausgewichen bist, dass er mich genommen hat so sah es halt bei mir aus du hast halt ausgewichen, ne? kann man ihn nicht übel nehmen, oder? ne, ich bin nicht ausgewichen, der ist komplett an mir vorbeigelaufen der ist straight zu Daniel gelaufen ok ne, ja, ich, Jung, ich hab's noch versucht, ne? hast du gesehen? ich bin ja auch wieder rausgekommen naja, sah, ja, ja, ja 1097 Zombies sind verletzt worden und das war's von der Lef, von der Zweihauptkampagne was der Healy ist jetzt nicht abgestürzt, viele, ne? Sub lebt jetzt, ähm, glücklich bis an seinen Tage schick nach Hawaii ja und da Sub eh kein schlechtes Gewissen hat, ähm gibt da auch nen Fick drauf, wie gesagt also, du, letztes Mal beim allerersten Mal musst du am meisten ich halte die Stellung im Auto Tschau im Auto